Tag 2 hier im schönen Most. Hier führt die Strecke an mir vorbei. Hier geht es auf Start und Ziel gerade. Richtig geil. Heute Tag 2. Es weht ein blauer Wind. Die Sonne scheint. Es ist warm. 9 Uhr ging es los. 20 nach 9 bin ich raus. Habe dann direkt mal eine Dreiviertelstunde, Stunde 100 Kilometer abgespult. 20 Runden. 2.03 die Bestzeit heute glaube ich. Gestern 2.02. Es läuft gut. Mein Motorrad läuft jetzt auch wieder so weit. Ich habe noch mal ein bisschen Sachen sauber gemacht. Ich hätte gestern das Problem, dass mir drei der Firma in die Kiste einfach ausgegangen ist. Ich könnte am Quickshifter gelegen haben. Ich habe den jetzt nochmal umgestellt. Ich habe den Seitenständerschalter sauber gemacht. Ich habe nochmal Kühlmittel nachgefüllt und habe den Überlauf optimiert. ich habe genau das. Ich habe das. Wir probieren. Da war ich. Ich habe ansache, die Aufmerksamkeit schon. Ich habe den Treiben in der Kr сильно ausgerucht. Ich habe den drei Bomben. Auch hier ist die Schritt. Ich habe den Treiben in der Kr수 so ein paar Bremsen. Und ich habe den Bremsen. Ich habe ihn in die Kiste много Gast. Ich habe was dann zuerst. Ich habe die Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, es läuft, es macht Spaß, wir haben alles dabei, unsere Lage sieht gut aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020